Sollen wir irgendwas bauen? Pioniere haben Baubefehl erhalten. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Pioniere, wir müssen mit dem Bau beginnen. Wir greifen jetzt in die Schlachtreile. Melde Gehorsamst, konstruziere sichern Munition. Grenadierer sammeln, nehmen Gebiet ein. Pioniertrupp bereit. Beginnen wir mit dem Bau. Kriegsbaracken fertiggestellt. Konstruktionsbefehl erhalten. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Pioniere hier! Jawohl, los, Bewegung! Zielobjekt ist frei, beginne es zu sichern! Die Amerikaner sind alle Verbrecher! Jawohl, wird gemacht! Wir haben unsere Befahre auf Zielobjekt vor! Renadierer, zuhören! Sichere Zielposition! Meldung machen! Jawohl, wird gemacht! Ja, Kamerad? Befehle? Pioniere hier! Wir haben einen Baubefehl erhalten. Grenadierer, die Waffen überprüfen! Geht an die Fenster und versucht, auszufinden, aus dem Nationalrat! Die Pioniere sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Die Schoss, Verwundete! Nach Piestow, nach! Ich reiß' sie gegen die Knöcke! Reichtliche, jedenfalls sie! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Wir sind bereit! Auf was sollen wir schießen? Hier König, bin einsatzbereit. Ihre Infanterie versucht uns fertig zu machen. Aufklärer bereit. Aufklärer bereit für den Einsatz. Ihre Infanterie versucht uns fertig zu machen. Wir sind bereit. Aufklärer bereit. Aufklärer bereit. Aufklärer. In Bewegung. Erwarte Befehle. Sofort. Die Fallen greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir haben das Gebäude ausgeschaltet. Wir werden beschossen. Gebt dem Fahnerschuss. Wir wurden getroffen. Wir haben uns auf dem Frieden. Wir werden angegriffen. Wir haben ihn gegriffen. Freit den Reichweite. Das ist ein schwerer Aufklärer. Ich wurde entdeckt. Sie schießen durch mich. Der Motor geht keinen links mehr. Wir sind wie sie uns in ewig. Wir wurden getroffen. Wir wurden getroffen. Zielgebäude gesichert. Amerikanische Einheiten schießen auf uns. Feindlicher Mörsertrupp ausgeschaltet. Wir haben eine Position. Wir haben eine gute Schussposition. Liegen unter Schießdippe Schuss. Wir haben einen vorgelagerten Stützpunkt. Wir sind mit dem Kapitän. Wir sind mit dem Kapitän. Wir sind mit dem Kapitän. Das kann ich bestimmt gut schießen. Erwarte Befehle. Baut das Maschinengewehr im Gebäude aus. Die wissen, wo ich bin. Werde beschaffen. Diese Schweine schießen. Kommunikationssystem. Wir müssen los. Der Feind greift uns an. Schadensmeldung. Sind wir noch manövrierfähig? Die Fahrt in der Luft. Wir sind mit dem Kapitän. Wir sind mit dem Kapitän. Das ist der Schuss. Das ist der Schuss. Zielgebäude gesichert. Meine Schwarzen sind weg. Hier Kettenfahrzeug. Wir werden von Feindlicher Infanterie aus Korn genommen. Wir haben das Gebäude ausgeschrieben. Bereit zum Einsatz. Ich höre. Wir stehen unter Fallbeschluss. Ein neues Kärleverkommens ist bereit für den Einsatz. Erwarte Befehle. Du bist. Die Arme ist auf den Stützpunkt. Schneller. Du fährst ja wie meine Mutter. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt. Wir sind kampfbereit. Bewegung. Schneller. Gebt ihnen nicht die Möglichkeit, uns ins Visier zu nehmen. Nehmen Sie doch jetzt ein. Neue Befehle. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Kommunikationssysteme fähig. Bewegung. Unsere Position wird angegriffen. Sie greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt. Zuhören. Zuhören. Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Die Gespräch der Leutnant. Wenn ich vorbeikomme, wird gefälligst gegrüßt. Basis bereit. Wir haben angegriffen. Die Yankees befinden sich süßlich von unserer Position. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Sie greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Die Vaterlandes greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir werden beschossen. Wir werden beschossen. Wir navieren nach Fahrt. Wir sind kampfbereit. Wir sind kampfbereit. Kommunikationssysteme sind nicht nasionsfähig. Wir müssen los. Wir kennen die Vorbereitung. Wir sind kampfbereit. Wir sind kampfbereit. Stützpunkt an. Wir stellen uns auf Kreis verschoben. Ziel ist aufgeschoben. Kommunikationssystems finktionsfähig. Aufklärer bewartet alle Befehle. Amerikanische Einheit schießen wir vor. Schießen wir verrückter Zielposition vor. Schwerer Aufklärer. Die Feiglinge schreiten unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir werden beschossen. Bereit für den Kampfeinsatz. Wir sind kampfbereit. Wir werden beschossen. Feind vernichtet. Nachraten. Jawohl. Sie treffen uns. Bereit zum Einsatz. Wir schwere Aufklärer. Waffen entsichert, geladen und bereit für den Krieg. Erwollte Befehle in Bewegung. Schrieg und Schockschuss schießen auf uns. Erwarte Befehle. Wer ist, wo ich bin, werde beschossen. Mit was für einem Schrott fahren die denn hier rum? Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Ihr schwere Aufklärer. Bei all dieser Äktik treffe ich immer noch auf tausend Meter eine Reichsmart. Wir werden getroffen. Wir stehen unter Beschoss. Jawohl. Bewehrfeuer. Sie schießen auf uns. Kannst du etwa nicht schneller fahren, Klaus? Bereit zum Einsatz. Gang rein. Jetzt. Ich habe immer mehr. Leute, man hat die Mist. Jawohl. Sie haben mich entdeckt. Jawohl. Ich höre. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Südlicher Kontakt. Wir müssen los. Kommunikation. Diese Schweine ist uns nach uns. Na los. Bewegung. Einer der bereits gesetzten Sektoren wird angegriffen. Bringen wir das hin. Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Wir müssen schneller aktiviert werden. Wir sind kampfleisch. Wir werden positiv eins precum. Wir sind implementswohnen. Na los. Bewegung. Wir stehen unter Gewährbeschutz. Wir sind kampfbereit. Wir schießen uns. Wir werden angegriffen. Kommunikation verteidigte Lektion. Ich liege unter schwerem Beschuss. Ich höre, ich werde mich darum kümmern. Wir sind kampfbereit. Sie greifen erobertes Gebiet unseres Papierlandes. Die Freiblinge greifen unseren vorgelegten Stützpunkt an. Wir sind kampfbereit. Stehen unter Beschuss. Ihr Aufklärer, feindliche Einheit zerstört. Redaktive, genug zur Kommunikationssysteme. Ein Beobachtungsprozess wird angegriffen. Wir sind kampfbereit. Wir müssen los. Die Besatzung wurde verwendet. Sie greifen erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Die Freiblinge greifen unseren vorgelegten Stützpunkt an. Feindliche Einheit zerstört sich auf mich. Wenn wir einen Sturm angriffen. Ihr Kästung stehen unter Preisbeschuss. Renatieren. Die Worte zur Sturzatschaft umweg. Ich schieße, Herr Röster. Ich wurde gezogen. Ich will die Bestellung nicht mehr lange halten. Feindlicher Börsertruf ausgeschaltet. Geht den Catch-Faster. Wir sind kampfbereit. Die Feiglinge greifen erobertes Gebiet unseres Stützpunkt an. Kommunikationssystem funktionsfähig. Seid ihr schießen? Weitere Infanterie aufgehoben. Amerikanische Einheiten schiebt auf uns. Ach, Deutschland. Wir werden beschossen. Erobern Sektor. Wir sind kampfbereit. Abbrechen. Wir bewegen uns zu den neuen Koordinaten. Sie treffen uns. Von hier aus kann es losgehen. Ich wurde entdeckt. Aber sie schießen auf nur ihre Ziele. Wir werden angegriffen. Vollgetankt und einsatzbereit. Alle verliehen sich bei den Fahrzeugen. Jawohl. Jawohl. Oh Mann. Alle reichen sich. Wir wollen doch mal sehen, wie sich unser Feind schlägt. Ich höre. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird abgehoben. Wir müssen los. Kommunikationssystem funktionsfähig. Ja, Kamerat. Jawohl. Die Feindlichen, die Falle dieser oberste Laufkurs muss nach der Laufkurs an sein. Die werden von weistlicher Infanterie auf den Boden genommen. Die Beobachtungsposten wird angegriffen. Da wird es alle mehr gehen, die sich dem Reich in den Weg stellen. Wir wurden getroffen. Wir wurden getroffen und beschossen. Ein neues Kippen von... Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Schwerer Aufklärer! Die Feindlichen aufgeliehen und vorgelagerten Stützgruppen ab. Die Beobachtung erobert es für die Zutaten. Schneller! Gebt Ihnen nicht die Möglichkeit, uns ins Visier zu nehmen. Die Spinner! Jawohl! Kommunikationssystem funktionsfähig. Wir sind kampfbereit! Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Kommunikationssystem funktionsfähig, was uns erfolgen wird. Wir sind kampfbereit! Wir dürfen den Feind in den Grund. Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Wurden beschädigt! Fallen violieren! Wir brauchen violieren! Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Stützpunkt an. Erwarten wir Ihre Befehle! Sie greifen ein erobertes Gebiet unseres Vaterlandes an. Arschbefehl bestätigt! Kommunikationssystem funktionsfähig und trimpft wir nieder! In Ihrem Anbestellung unter Berschuss! Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Guter Schuss! Einer der bereits gesicherten Sektoren der Hand ist, um die Gegend reinzuknallen. Wir haben Muster Kille da! Kommst du heim, wir haben geschehen, Auklea! Es erfüllt mich mit Stolz! Wir brauchen Sie in Bewegung! Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Jawohl! Wir sind bereit, die Männer abzuführen! Ich werde mich darum kümmern! Geschick wird geladen! Die Feiglinge greifen unseren vorgelagerten Bereich. Feindliche Einheiten schießen auf uns! Sie treffen uns! Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Feindbeschuss! Pioniere hier! Melde Gehorsam! Feindliche Einheit vermichtet! Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Was wollen Sie denn? Was wollen Sie? Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Stehen unter Beschuss! Hier Kettenfahrzeug. Sie greifen erobertes Gebäude des Vaterlandes an. Kettenfahrzeug erwartet die Beschüsse! Kettenfahrzeug erwartet die Beschüsse! Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Kettenfahrzeug ist in Bewegung! Es gibt keine schönere Art zu reisen! Bewege sind in Bewegung! Bewege sind in Bewegung! Aufklärer erwartet nur für die Bewege! Kettenfahrzeug! Sie sie den orientieren unseres Vaterlandes an. Sie werden nicht unserem Zorn nicht entziehen können! Panzer 4, ein weiterer Halt! Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Die Hälfte sind nicht süßig von unserer Position. Wir sind nicht süßig von unserer Position. Wir sind nicht süßig von unserer Position. Wir sind nicht süßig von unserer Position. Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Die Besatzung wurde verletzt. Wir wurden schwer beschädigt. Die Raffe wird neu ausgerichtet. Einer der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Wir werden beschossen! Dieses Spree ist nicht mehr! Die Freize erobert das Gebiet unseres Vaterlandes an. Ein Beobachtungsposten wird angegriffen. Wir sind kampfbereit! Die Freize der bereits gesicherten Sektoren wird angegriffen. Feuer erwidern! Schieß, was das Zeug hält! Wir sind kampfbereit! Bestätig! Amerikanische Einheiten schießen wir auf! Die Freize erobert das Gebiet unseres Vaterlandes! Ja, hier spricht der Leutnant! Sie können das Gebäude einnehmen! Ja! Ein Beobachtungsposten wird angegriffen! Ja! Hier gepanzterter Transporter! Wir klären für Ziel! Scheiße! Kommt, wir fahren schon den Einsatz! Ich bringe uns hoch! Jawohl! Gehen wir! Sie sind morgen mit euch! Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Sie sind Männer! Erwarte Befehle! Neugruppieren! Jawohl! Ah, jetzt sind also die großen... Neugruppieren! Was? Kennt die Fahrzeugebereitschaft! Befehle betroffen! Jawohl! Wir haben nicht den ganzen Tag in Bewegung! Verkennung des nächsten Ziels wird vorbereitet! Scheiße! Erwarte Befehle! Neugruppieren! Auf neues Ziel vorbereiten! Wir werden getrunken! Ihr seid beseitigt! Das Ziel wurde ausgeschaltet! Das Ziel wurde ausgeschaltet! Das Ziel wurde ausgeschaltet! Kommandant! Verteilen Sie uns einen Befehl, Kommandant! Ziel ausgeschaltet! Hier ist es ganz schön heiß! Kommunikationssystem funktionsfähig! Auf Zielposition vorrücken! Okay, ich gebe dir Feuer schon! Es geht auch nichts über das deutschen Ziel! Wir haben noch mehr Niederstand! Schleller! Gebt Ihnen nicht die Möglichkeit, uns ins Visier zu nehmen! Ich höre! Ich höre! Vollgas! Setz den Panzer in Bewegung! Wir werden tun, was uns befohlen wird! Ich glaube, aus dem Kanonieren wird bald nass! Wir warten darauf gegen den Feindvorgang zu dürfen! Die Feind sind uns unter Anschutz! Bereit für den Kampfeinsatz! Diese Schweine schießen auf uns! Ihr schwerer Aufklärer! Wir werden betrunken Hände! Kippt sie nieder! Wir auf! Feindlich ein Kampfbereit! Wir müssen los! Das Ziel wurde vernichtet! Kommunikationssysteme auf! Vollgas! Kämpft für eure Fassel! Renagier! Jawohl! Erwarte Befehle! Erwarte Befehle! Bewegung! Panzer marsch! Der ging genau in den Wurtrell! Panzer vergibt sich zur neuer Position! Jawohl! Wir sind kampfbereit! Bestätigt! Panzer marsch! Ich höre! Sie sind vermissen! Viel vernichtet! Wir sind kampfbereit! Renagier zum Eintritt! Schnell! Wir lassen das schweren Widerstand! Kommunikationssystem funktionsfähig! Wir dürfen den Feind nicht warten lassen! Wir sind kampfbereit! Feind vernichtet! Herr Hoch, was wünschen Sie? Können wir schießen oder einfach versuchen wir uns zu neuer Position? Wir gehen uns zu neuer Position! Na los, Bewegung! Werde angegriffen! Kommunikationssystem ist in die Position und in die Position! Wir rutschen ab! Vernichtet dieser Feind! Weitere Revisie wurde ausgeschaltet! Gas! Hör zu! Wir haben andere Befehle! Bereit zum Rechterhörer! Wir sind wieder in den Wiener! Wir schießen unser Lackerfurt! Wir haben eine Aufgabe zu erledigen! Bewegung! Ihr Kratztrupp! Bewegung! Sie vernichtet! Wir schießen Ihre Panzer zu Schmutz! Was? In Bewego! Hier ist schwerer Aufklärer! Position bestätigt! Oh Mann! Ausgefangen! Waffen entsichert, geladen und bereit für den Krieg! Wir fanden ausgezeichnet Ersch Tarant! Pass mal, dass wir eine Befahrung wert ist! Hier! Wir haben angegriffen! Wir sind Kampfbereit! Wir sind Kampfbereit! Wir können uns als Befehl, Kommandant! Lassen Sie den Motor warmlaufen! In Richtung des Ziels drehen und Feuer! Niemand ist unserer Kampfbereit! Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank.